Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 Apps, Spiele und auch Programme ganz einfach deinstallieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Im Großen und Ganzen gibt es zwei verschiedene Arten von Apps. Zum einen die, die ich selber heruntergeladen habe, die kann ich ganz einfach deinstallieren und zum anderen auch noch vorinstallierte Apps, wie zum Beispiel hier Alarm und Uhr von Microsoft. Das Problem ist, wenn ich diese deinstallieren möchte, dann ist das Ganze nicht so einfach und man kann sich dabei den PC relativ schnell auch kaputt machen, weswegen ich solche auch lieber behalten würde, da sie übrigens auch kaum Speicherplatz benötigen. Doch jetzt schauen wir mal, wie das Ganze am einfachsten geht. Ich bin gerade hier unten links auf Start einmal draufgegangen und dann kann ich hier auf der linken Seite nämlich auch schon verschiedene Apps sehen. Das ist jetzt übrigens der erste Weg. Ich kann nämlich hier einfach einmal einen Rechtsklick drauf machen und wir sehen auch schon deinstallieren. Wenn ich das bestätige, dann wird diese App nämlich auch schon komplett von meinem PC heruntergenommen. Falls man jetzt aber doch mehrere Programme auf einmal löschen möchte, dann empfehle ich, dass man am besten mal hier unten links noch auf die Einstellungen drauf klickt. Anschließend öffnet sich auch schon unser Fenster, wo ich die Apps auswählen kann. Dann hier links drüben auf Apps und Feature, wenn das Ganze noch nicht ausgewählt ist. Und jetzt haben wir hier unten nämlich nochmal eine Liste mit den ganzen verschiedenen Programmen, die auf dem PC drauf sind. Und das Gute ist, dass ich hier jetzt einfach mal nach Installationsdatum oder auch nach Größe sortieren kann. Und wenn ich hier jetzt etwas löschen möchte, ich schaue mal, was ich jetzt nicht benötige, Xing zum Beispiel, dann mache ich hier einen Linksklick drauf und gehe anschließend wieder auf die Installierung und muss es natürlich noch bestätigen. Jetzt dauert es einen kurzen Moment und schon wurde die entsprechende App auch deinstalliert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.